So, willkommen zurück zu Uncharted, Drakes Schicksal. Wir haben erfahren, dass das Ganze eine englische Festung ist und keine spanische. Ja, und dass der gute Drake offensichtlich sich mit jemanden treffen wollte, der tiefer auf der Insel auf einem Turm auf ihn wartet. Bzw. die wollten sich da treffen, auf diesem Turm. Das heißt, unser Weg ist noch ziemlich weit auf unserer Schatzsuche. Ja, aber einen weiteren Hinweis bekommen. Alna ist immer noch weg und wow, wir sehen mal die ganze Insel hier. Und da hinten ist auch noch was zu finden. Ist ja richtig riesig, die ganze Insel. Spanier, Engländer, was wollen die alle hier? Sieht sehr imposant aus und ich werde schon mehr beschossen. Okay, Ziel ist zum Greifen nah an dieser Turm also. Dann begeben wir uns mal dahin zu diesem Turm. Vergiss es. Ich weiß, was du vorhattest, genau. Dieser imposante Turm. Das ist der Wahnsinn. Wie genial das aussieht. Wunderschön. Und da vorne vor allem. Imposante Festung. Ah, die Musik ist auch sehr schön gerade. Hammer mäßig. Das gefällt mir immer mehr. Das gefällt mir echt immer mehr, das Spiel. Es ist wie im Film, Leute. Es ist echt wie im Film. Es ist echt so der Hammer. Es ist echt so der Hammer. Du sollst eigentlich da... Ja, einspringen, danke. Wo kann sie sein? Ja, gute Frage, Nate. Wo kann Elena sein? Wo mal, das finden wir bald heraus. Okay, ich muss nach unten, glaube ich, oder? Aber was ist das für ein Ort hier? Und was wollen die Engländer hier? Ich denke mal... Es wird sich wahrscheinlich um Eldorado drehen. Und den Schatz. Gleich wie bei den Spaniern. Wir haben aber auch ein deutsches Boot gesehen. Vielleicht waren die Deutschen auch nach dem Schatz hier. Ich weiß nicht, vielleicht gehört der Typ, der die Säulen nachgekauft hat, auch zu den Deutschen. Ich weiß nicht, jetzt wird sich bestimmt noch alles klären. Bin ich jetzt im Turm drin? Das war bestimmt Drakes. Was hast du wohl gesucht, hm? Oh, sieh an. Kommt mir bekannt vor. Sie haben nie abgelegt. Elena! Hey, da ist sie. Aufgepasst! Ah, okay. Ah, okay. Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, hm. Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja, ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Na halt, Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Boso! Ey, Papa, mach die verdammte Tür auf! Los, ey! Na toll. Hey, Drake! Eddie Raja. Ich hätt's wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Rät dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben. Schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehm jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum! Ich mach dir ein fehres Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Daiguching, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werd sie finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrechnen? Und? Komm schon! Danke. Hey, verdammt! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, hey, Buca, Pito! Festhalten! In die Kasse, Erika! Hinterher! So viel dazu, ne? Stopp sie los! Okay, das sind Granaten auf deine Seite. Andererseits sind... Wo ist das? MP. Ah, verstehe. Granaten für die Autos und... Normale Schüsse halt für... Bam! Okay, das ist gerade genial, muss ich sagen. Das ist gerade richtig genial. Bam! Kommt mir nicht zu nah. Die von der Straße! Ja! Hey, Schatze! Okay, wo? Ah, dahinten. Okay, so geht's auch. Ich liebe sowas. Wieder ein wundervolles Action-Spektakel, ja. Sie kommen von der Seite! Hammermäßig. Wirklich hammermäßig, dieses Action-Spektakel. Richtig geil. Bam! Versucht's doch! Loll! Habe ich den gerade erwischt? Bam! Und Schiss! Bam! Und Schiss! Ah, ist das geil! Ist das geil! Oh, Vorsicht, Klippe! So gefällt mir das. So gefällt mir das echt gut. Oh, nein, 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 nein! Oh, Mist! Ich schaffe, Vorsicht, Klippe! Und Sackgasse. Ja, 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 ich mach ja schon. Oh, Mist! Aber bitte fahr jetzt mal ordentlich, damit ich bezielen kann. Vorlein. Okay, nichts zu nahe kommen lassen. Ah, ist das geil. Eine richtig schöne Verfolgungsjagd. Wie im Kino. Okay, du fährst und ich halte sie uns vom Leib. Ah, Nate! Los, Vollgas! Schneller! Ah! Geschafft! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschöpfer! Ah, Vorsicht! Nein! Wir sind! Okay, nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir, ja. Aber du, du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt! Was? Komm, Schroll! Wo soll's denn hingehen? Ey, Eddie! Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Oh, nein! Verdammt! Der Typ spinnt! Eddie! Entspann dich, Kumpel! Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Oh, nein! Schwimmen schneller. Oh, verdammt nochmal. Oh, nie auf. Nee, anscheinend nicht, aber... Hey, Nate, das war eine verdammt geniale Idee. Das war zwar zwar ziemlich aufgängig, aber... ... ich habe eine gute Idee. Oh mein Gott. Ja, um was Waffen geht, wir anfangen, also... ... leider hat sie keiner. Deswegen kann sie uns gerade leider nicht helfen. Mist! Na, komm raus. Was wolltest du sagen? Okay, von wo? Von da. Hinten, glaube ich. Ne, von da. Moment, das haben wir gleich. Bam! Oh, Pappka-Typ, weg! Zack! Na, komm raus! Zack! Und Tschüss! Geht's hier rein? Nein! Geht's hier rein? Nein! Geht's hier rein? Nein! Geht's hier rein? Nein! Let's open the door. Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit! Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich hab absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los! Ach, komm. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut. Ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes, Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so'n Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt. Diesmal fahr ich. Okay. Okay. Ja. Gut. Zum einen ist aufgehend keine Option. Da hat er recht. Da hat sie recht. Und zum anderen hat er aber auch recht. Weil... Mit der Aussage, unser Leben ist wichtiger. Fahren wir mal ein bisschen mit dem Teil rum. Ich versteh das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Wir kriegen Gesellschaft! Ja, das können wir uns später fragen, wie das... Wie die Kolonie verschwindet. Wir sind erstmal von hier... Ach, verschwinden wir einfach von hier. Du musst uns Deckung geben! Okay. Diesmal andersrum. Diesmal... Sorg sie für Deckung. Was sie gerade... Ja. Ziemlich gut bewiesen hat. Gut, meine Damen, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Wir müssen... Es sind zu viele. Nein. Ich glaube, ich darf die nicht berühren. Diese. Ne, ich darf sie nicht berühren. Die machen immens viel Schaden. Meine Damen, es wäre nett, wenn du die Dinger wegschießen könntest. Damit ich hier mehr Raum habe. Du hast eine verkackte Knarre, also mach was. Fuck. Noch dazu angeschossen. Von allen Seiten. Meine Damen, komm schon. Gib mir Deckung. Wir haben nämlich nicht viel Zeit hier. Ich brauche Deckung. Scheiße. Oh, das ist tricky. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn ich mal die Zeit so angucke. Das war's heute von Drake's Schicksal Uncharted 1. Bis zum nächsten Mal. Ciao.